Ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Watch Dogs. Heute sind wir mal nicht mit dem Playstation Network verbunden während dieser Folge, weil wegen Wartungsarbeiten. Also muss es auch so gehen. Aber ich denke, das werden wir auch so schaffen. So viel online haben wir eh nicht gemacht. Ups, da habe ich das Falsche gehackt. Ich hätte behauptet, das war eindeutig... Oh, 6200 Dollars. Das wurde doch eindeutig angezeigt, dass ich die hacken wollte. Naja, man kann nicht alles haben. Oder wie heißt das so schön? So, neue Sehenswürdigkeit in der Nähe. Jawohl. Das Old Motel. Das ist total die Sehenswürdigkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Das Old Motel. Jawohl. Okay. Okay. In der letzten Folge haben wir uns in der Kampagne weiter bewegt. Und wir müssen unsere Schwester retten. Ähm, ja. Hier. Ich wollte mein Handy nicht wegstecken. Ich möchte... Hallo? Ja, hol dein Handy doch raus. So. Dankeschön. In der haben wir uns auch wieder was vom Konto abgebucht. Das ist doch mal... Oh, ne nette Sache. Oh, da lohnt es sich ja richtig, hier mit dem Hecken rumzulaufen, du. Verbrechen erkannt. Da so ein paar Ecken weiter. Das gucken wir uns einfach mal an. Der da vorne, den könnten wir uns auch mal angucken. Weil der hat hier gerade ein Verbrechen begangen. Und das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Warum nicht? Äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde ihn ja gerne erschießen. Nur ich weiß ganz genau, was dann wieder passiert. Irgend so ein Möchtegern, das dann sagt... Oh, er hat eine Waffe. Er schießt auf mich. Das Auto hat sich gerade auch sehr merkwürdig bewegt. Es ist schön, dass du über so eine... So eine... Dings kletterst. Über so eine Rutsche. Das gibt mir die Möglichkeit, dich einzuholen. Wenn du da drüber springst, kiege ich dich vielleicht sogar schon. Jawohl. Fetz, fetz. Die Typen da vorne sind total uninteressiert. Ah, nee, doch nicht. Er holt sich nachher jetzt den Fakt. Nee. Ich wollte gerade sagen, da ruft einer die Polizei. Dem hätte ich aber wohl mal einen gegeben. Für sowas. Okay, gut. Wir sind jetzt auch ganz in der Nähe von der nächsten Mission. Das werden wir jetzt direkt mal in Angriff nehmen. Aber wir nehmen uns hier nochmal 900 Dollar. Jawohl. Das ist ja voll das lohnende Ziel, wenn andere 6.000 bringen. So, ne? Gut. Wir... Da habe ich mich gerade unterbrochen, weil ich springen musste? Weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall unsere Schwester retten, weil sie von unserem ehemaligen Komplizen entführt wurde. Nachdem wir den Sohn von ihr schon in Sicherheit gebracht haben, der entkommen konnte und mit der Bahn unterwegs war und wir da eine leichte Schießerei angefangen haben, werden wir nun eine Runde einkaufen. Da dies wieder ein Waffenladen ist, gehe ich davon aus, dass wir wieder was Cooles kaufen. Oh, okay. Kann ich dir helfen? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Können wir die auch irgendwie komplett... Können wir drohen, das ist das sexy. Aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. Kostet ja nichts. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Das läuft auch hier wie ein Heimspiel. So, chemische Komponenten haben wir noch voll. Dankeschön. Zurück. Ja, wunderbar. So lobe ich mir das. Hier, stellen wir ein vollständiges Tutorial ansehen. Ich würde sagen, damit haben wir das Geld wieder drin. Okay, wir machen mal ein vollständiges Tutorial. Wie man Tools herstellt. Oh. Ich wollte ihm nicht ins Wort fahren. Wie man Tools herstellt. Halten Sie L1 gedrückt, um das Laufrad zu... Drücken Sie Dreck, um das gewählte Tuchel herzustellen. Also ein rotes Ding zeigt an, dass Ihre Komponenten zur Herstellung fehlen. Sie finden fehlende Komponenten bei Pfandleiern und Apotheken oder indem Sie Zivilisten hacken. Schön. Das wussten wir bereits, weil wir davon da schon das ein oder andere hergestellt haben. So. Fokus Boost. Das können wir noch nicht herstellen. Davon haben wir 5 von 5. Aber... Ups. Eigentlich wollte ich das nicht ziehen. Aber ich habe mir schon gedacht, das passiert. Okay, weiter geht's. Ähm... Wir holen jetzt mal, nachdem wir schon das ein oder andere Dollarchen gehackt haben, mal eine Runde Geldabflöpfe. Plötzlich kriegt der Automat ein Blue Screen. Und wir bekommen 59.560 Dollar. Jawohl. Damit haben wir unser Vermögen mal wieder mehr als verdoppelt. Okay, wir wollen jetzt in der Kampagne fortfahren, die wir gerade angefangen haben, für die wir hier ein bisschen aufrüsten mussten. Gibt's hier keine Autos? Mein Gott, laufen ja alle. Ist das denn die Möglichkeit? Wer will denn gerne laufen? Kann ich mir gar nicht so vorstellen. Aber jetzt können wir uns das Ganze mal auf der Karte ein wenig... Da... Achso, wir brauchen das CTOS-System. Aber eigentlich ein ganz schönes Auto, was wir uns hier jetzt geholt haben. So mit Carbon-Dach und so. Oh, vollidiot. Rufbeschützer ist natürlich wieder runtergegangen. WKC-TVs letzte Meinung noch mal gezeigt. Das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Aber schön, dass die Leute auf unserer Seite sind und uns unterstützen möchten. Oh, ich muss auch gucken, wo ich hinfahre. Ja, gerade ist das Rendern des Dark Souls-Videos abgeschlossen worden. Und darum war ich ein wenig abgelenkt. Aber ein Dark Souls-Video ist es auch immer wieder wert, hinzuschauen. Also schaltet auch bei Dark Souls ein. Ihr werdet es nicht bereuen. Gut, weiter geht's. Wir haben noch so ungefähr zwei Kilometer. Und ja, wir haben hier keine Musik. Also könntet ihr ein wenig singen für mich. Wollt ihr nicht, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Ich werde es auch nicht tun, weil ihr sonst gleich ausmacht. Da möchte ich euch natürlich dann ein wenig vorbewahren, dass das nicht passiert. Gut. Ähm. Ich bin jetzt einmal gespannt, was kommt, weil wir jetzt dazu... Achso, ein CTOS-System, ja. Ich erinnere mich an das letzte CTOS-System. Das hat eine Folge lang gedauert, bis ich das hatte. Also hoffe ich, dass es diesmal ein wenig fixer geht. Und ich nicht so tragisch die ganze Zeit dämlich rumsterbe. Ja. Ihr merkt schon. Ich bin nicht motiviert zu sterben. Und der da vorne war mit Sicherheit nicht motiviert, dass ihm einer hinten reinfährt. Aber da frage ich auch nicht nach. Und das CTOS-System wird mich auch nicht danach fragen. Beziehungsweise die Leute vom CTOS, die dieses bewachen, ob ich Lust habe zu sterben. Uh. Sackgasse. Hier passiert nix. So, wenn wir uns das Auto jetzt mal angucken. Ihr wisst, wo ich reingefahren bin. Und eigentlich habe ich nur unten die Schürze verloren. Oh, die Motorhaube ist noch nicht mehr ganz fest, aber Dellen hat sie noch nicht. Nö, also man muss sagen, die Autos, in denen ich sitze, sind ziemlich stabil hier. Aber das habe ich ja schon vorher mal angemerkt. Ich wollte es nur nochmal wiederholen, weil es einfach immer wieder lustig ist, sich die Autos dann anzugucken, wie sie tatsächlich dann irgendwie plötzlich aussehen. Und wenn ihr mir mal überlegt, äh, andere, andere, äh, schießt man mal einmal an. Also, mit dem Auto oder trifft man einmal so und plötzlich fliegen die einmal so durch die Gegend und sind kurz vorm Explodieren oder was. Okay. Das Tor ist auf, also ist das ja noch nicht mal das Problem, hier mal ranzufahren. Okay, da können wir eine Tür öffnen. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Da vorne können wir ein Tor öffnen. Bis jetzt sehe ich hier nicht viel. Okay. Da oben bewegt... Nee, Moment. Ja, äh, da rechts ist irgendwo ein... Okay, hier sind wir auf jeden Fall ein bisschen in einem abgeschotterten Gebiet. Ähm. Oh, wir haben eine Katze an der Seite. Der Wahnsinn. So, wir bewegen uns erstmal vorsichtig voran. Und... Da vorne müssten schon die ersten Typen sein. Okay. So. Allerdings sehe ich die gerade nicht. Wir werden mal auf die Waffe mit Schalldämpfer wechseln. Die Spag-Ups. Ups, das war der falsche Knopf. So, den wollte ich drücken. Ich habe jetzt gerade hier mal ein System. Irgendwie... Ich hoffe, dass die explodieren, die roten Tonnen hier. Und mal für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen. Also nicht für mich, sondern eigentlich... Ah, komm mal an. Sondern für die Typen. Die sich das dann angucken werden wollen. Damit ich sie ausschalten kann. Aber irgendwie haben die es wohl... Ja, komm. Da bewegen sich die ersten... ...auf uns zu. Das ist vielleicht ganz interessant. Ach, komm schon. Okay. Oh, da sind sie, da sind sie. Jetzt muss ich aufpassen, natürlich, dass die mich nicht sehen. Oh. Scharfschüsse. Tötet. Oh, fuck. Huh. Das war durchaus knapp. Ich weiß zwar nicht, wer von denen gerade geschossen hat. Aber wissen, wo ich bin, dürfte eigentlich nicht. Ah, sauber. So macht man es. Jetzt machen wir nochmal das Magazin voll. Damit wir für die nächsten gerüstet sind. Wenn die hier antanzen. Kommt denn noch jemand? Da oben müssen wir sogar tatsächlich hin. Aber ich weiß natürlich nicht... Aber ich weiß natürlich nicht... Ich weiß nicht. Das war ja nicht. Kommt dieser jetzt her? Oder geht der einfach weiter? Ja. Geht erstmal weiter. Dreht uns den Rücken zu. und wir krallen ihn uns. Jawohl. Da ist eine Kamera. Da schauen wir uns doch mal mit um. Ob wir was sehen. Da müssen wir uns reinhacken, damit wir Zugriff kriegen. Wir können diese Plattform drehen, okay. Sehen wir uns selbst? Nö. Nö, 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 nö. Aber da ist noch eine Kamera. Vielleicht können wir ja noch mal da können wir noch irgendwas sprengen, okay. Ich sehe allerdings jetzt gerade nicht, wo sich wohl die restlichen Wachen rumtreiben. Bewegen wir uns mal hier hin. Da ist noch mal ein Gabelstapler. Diese Plattform zu drehen macht auch irgendwie nicht so ganz viel. Naja, okay. Die Plattform soll uns auch mal nicht weiter stören. Wir müssen zusehen, dass wir weiterkommen. Und das nach Möglichkeit ohne entdeckt zu werden, ne. Wisst ihr ja, wisst ihr das. Ihr wisst ja, was beim letzten Mal passiert ist. Und man kann so stark beginnen, wie man möchte, wenn man dann schwach weitermacht. Hat man nichts gewonnen. Und vielleicht können wir jetzt mal ein wenig Aufmerksamkeit dieses Typis auf uns lenken. Also nicht auf uns, sondern auf dieses explodierte Gerät dort. Der kommt und er wird es sich anschauen. Und wir werden ihn mit einem Kopfschuss erlösen. weiter Vorsicht, weiter Vorsicht. Hier sind noch deutlich mehr Typen unterwegs, die uns irgendwie komisch werden können. Darum müssen wir aufpassen wie ein Luchs. Da unten liegen Leichen, da ist eine Leiche. Ich weiß nicht, wo dieser Punkt sich wohl befindet, der dort zu meiner Rechten angezeigt wird. Allerdings möchte ich auch hier nicht böse überrascht werden. Also werde ich mich weiter vorsichtig vorbewegen. Ah ja, der könnte hinter dieser Kiste dort stehen. Dort haben wir ein bisschen Deckung, das ist gut. Ne, der muss ja noch weiter hinten stehen. Okay. Was ist denn das für eine Kamera? Von einem Laptop, die hier steht, oder was? Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie... Ah, da ist das. CTOS, da können wir eindringen. Obwohl noch Typen da sind. Das ist ja... Wir sind ja KLUK. Wir müssen nur jetzt aufpassen, dass wir quasi nicht erledigt werden, wenn wir jetzt hier drinstecken. Das wäre natürlich ziemlich bitter. Ja, so. So, ne? Perfekt. Damit sind wir in diesem CTOS-System eingedrungen und können uns jetzt wahrscheinlich wieder lustige Videos angucken. Ja. CTOS-Central 10-73-01 Leak. Eemand versucht, eine Glühbirne zu montieren und wird dabei überwacht. Hey! Fuck! Hey, du! Komm nicht weg! Hey, nach ne, keine... Hä? Da hat er irgendwas eingeritzt? Aiden Pierce? Warum das? Und wer war diese Person? Das sind Blooms Überwachungsfilme. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Nein! Als wenn die Privatwohnungen überwachen würden. Ich erinnere mich an einen Spanner, der am Tanzen war. Ich würde sagen, Achtung, Zombie-Alarm. Okay, hier haben wir... Da haben wir noch einen Hack. Sehr gut. CTOS-Central 15, 45, 42. Leak. Elevator Cam. Im Film würde der Aufzug jetzt stecken bleiben und wir würden uns verlieben. In dem Porno würden wir jetzt ficken wie Gorillas. Nur wenn der Aufzug stecken bleibt, natürlich. Na los, ganz hoch? Nein? Na gut. Äh... Ich muss ganz ehrlich gesagt, ich dachte, das ist dann, wo du auf die Alte hinaus möchtest. Oha. In dem Porno würden wir jetzt ficken wie die Gorillas. Jawohl, das werde ich rauspiepen, nicht. das habe ich nicht verstanden. Wenn ihr es verstanden habt, postet es mir in die Kommentare. Oh, ich glaube, das war es jetzt an Videos, die wir hier in diesem CTOS... Eigentlich mag ich die gerne. Eigentlich sind die immer wieder lustig. Entriegeln. Damit haben wir das CTOS freigeschaltet für dieses Gebiet. Also, die CTOS-Türme. Und Zugang zum CTOS allgemein. Jo. Oh, Käse. Weiter im Programm. Wir haben... Oh, da hinten sitzt ein Scharfschütze. Dort hinten sitzt ein Scharfsch... Oh, fuck. Ja, was wurdest du denn? Also, das sind drei? Die mich jetzt alle hier irgendwie... Gibt's das denn? Ach da, wo kommen die auf einmal her? Und warum schießen die jetzt erst? Also... Besser, die schießen jetzt erst. Als zum Zeitpunkt, wo ich in der Überwachungskamera war. Aber... Hallo? Oh, ich... Ja, das ist ja toll, dass ich mich da... Aber den könnte ich vielleicht... Der war nett. Der war nice. Okay. Den haben wir auch noch mal mit dem Kopfschuss weggeballert. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, der erste hat mir am besten gefallen. Der ein wenig... Ein wenig in Explosions... Probleme geraten ist. Warum wird der mir denn? Serverumzugang. Ach so, ja, den haben wir doch schon. Okay, jetzt... Schauen wir das. Ich glaube, der ist weg. Nein. Ich denke nicht. Zack, ich habe... Also, so kann man aber machen. Ich denke, er ist weg. Ja, das denke ich auch. Nicht... 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 Aber... Ich glaube, er ist weg. So... So... Da war es nur noch einer. Den werden wir uns jetzt natürlich auch noch gönnen. Weil... Alles andere wäre ja langweilig. Es gibt sogar Autos vom C2S. Das ist ja cool. Das will ich haben. Der kann sich nicht in der Luft auflösen. Ja, das sagst du. Der sitzt doch nicht im Auto, oder? Ach, da hinten steht er. Ihr habt ihn schon dreimal gesehen, ne? Das ist sogar einer, der Verstärkung rufen könnte, ne? Naja, jetzt nicht mehr. Schön. Okay. Damit sind wir in dem C2S-System. Hab dich, Robert Racine. Ja, Robert, ist doch schön. Ich vermute, du wirst in der nächsten Folge Besuch bekommen. Vom... Ihr seht es. C2S. Also, sei doch in der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es zu dem guten Kollegen geht. Und wir weiter versuchen, unsere Schwester zu befreien. Es bleibt spannend hier bei Watch Dogs und Liquid Let's Plays. Willkommen zurück bei Power Profiles. Heute das Porträt von Lucky Quinn. Wegen der kriminellen Geschichte von Chicago erkannte Lucky Quinn recht bald, wo das große Geld steckt. Ich kannte sogenannte Mafiosi, ja. Sogar mehrere von ihnen. Und ja, ich hatte auch hier und da Ärger. Welcher rebellische Junge nicht. Und diese Rebellion führte dazu, dass er oft mit dem Gesetz in Konflikt kam. Wissen Sie, woher mein Spitzname stammt? Ich war ein junger Mann, hier in Chicago. Wir sprengten Gewerkschaftssitzungen. Das taten wir damals recht oft. Es war eine Falle. Ein Hinterhalt. Einer der Angreifer zielte auf mich und drückte ab. Wieder und wieder. Und ich ging zu ihm und erschoss ihn. Eine der Kugeln streifte mein Ohr und all meine Begleiter starben. Seitdem heiße ich Lucky. Komischerweise wurde Quinn wegen Notwehr von allen Anklagen freigesprochen. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich. Und damit haben wir uns von dem Radio noch eben das Wort zum Mittwoch geben lassen. Und damit sind wir jetzt wirklich raus. Ciao.